Das ist Schützi TV mit dem ersten Fussball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Pascal, erstes Heimspiel, souveräner Sieg. Wie hat es sich auf der Schützi angefühlt? Super, vor allem mit dem guten Rasen, der neu ist. Wirklich top gewesen. Auch mit diesen Wetterbedingungen. Wirklich super gewesen. Riesenstimmung. Und wir sind froh, dass wir diese drei Punkte nahmen konnten. Jetzt wird die Aus doch. Ihr geht bei 100! 1 2 1 3 Du hast in der ersten Halbzeit einen gewaltigen Solo gemacht, mit einem Pfostenschuss abgeschlossen. Schade, oder? Ja, schade. Hat mir gewünscht, dass der eine wäre, aber wir hoffen, können wir noch ein paar solche Chancen und ich werde das hoffentlich machen. Du hast Talent, man sieht, dass du ein Potenzial hast, aber es ist noch hart in der Challenge League. Wie siehst du es? Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe jetzt lange in der ersten Liga Classic gespielt, mit der U21. Und ich muss sagen, es ist wirklich nochmal etwas anderes. Ich konnte zwar auch schon die Super League spielen, aber ich muss sagen, die Challenge League ist wirklich eine Superliga. Und da kann ich mich sicher weiterentwickeln. Also, ich möchte mich sang, wenn ich mich sehle. Ich bin ein Besuch, ich bin ein Besuch! Ich bin ein Besuch, ich bin ein Besuch! Auf geht's! Ah! Neu! Oh! Nehmt den! Hey, hey, hey! Das war ein sehr geiles Ball! Danke, danke! Vielen Dank! Bravo! Schlussresultat 13 Winch Drosch á Trevceana auf 5 zu 2.